BABABAM BABAM 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 BAKEN Jetzt geht's auf Hallo und willkommen zurück So, jetzt geht's weiter Schauen wir nochmal runter Ich denke, er schaut vielversprechend aus Nein, ich nehme wieder meinen Versprechend aus Lass mich da brechen Er nimmt die gleiche Ausrüstung wie ich krockoft hab Und los Okay, we need to get ready, yellow Haben wir da so'n Helden dabei? Wolle auf Stumm schalten, laufen wir nicht los Schaut aus wie ein Cowboy da daneben Go, go, go! BABABY Der läuft einfach jetzt langsam nach. Ich krieg uns verrückt, ich kann nicht das Visier, bis ich ihn hätte. Vielleicht ist das wie ich stumpf bin. Das wird die Harry-Matrix. Aber das hat er mir nicht gesagt. Ich habe einen Hacksang gebrochen. Clear, hat er gesagt. Ich habe einen Brot angestossen. Jetzt ist er gleich. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Hätten schon gehabt's? Anscheinend nicht. Aua, aua. Oh, da sind zwei. Scheiße, die Treppenhofen. Die hätten nicht. Die sind nicht. Die sind nicht. Die sind nicht. Die sind nicht. Boah. Der war mies. Der hat's gerollt, dass ich dir gewickst. Jetzt habe ich meinen Aufsatz. Der lag auf dem Boden. Der lag auf dem Boden. Boah. Der hat die KI. Ja, ich habe frage... Also, auch mit dieser Drohne-Farm. Da habe ich mich echt gefragt, ist das KI? Es hat ausgeschaut, als würde diese Spieler steuern. So gut ist die KI. Haben wir KI-Gegner? Reine, oder ist das irgendwie Mischung? Nein, nein, die sind reine KI. Man kann aber auch gegen Menschen spielen. Ah, das... Werden wir dann schon mal irgendwann nochmal ausprobieren. Ja, das probieren auf jeden Fall. Oh, die Steigerpäder. Das muss ein Resist-Service. Boah, von der Seite. Von hinten. Der ist doch von hinten. Von hinten? Lade. Ich war die ganze Zeit jetzt hinter dir. Dann fahren wir den Puff von rechts. Ja, wiederwischt. Speergebiet hat er, wenn ich laufe, ok? Wo muss man jetzt sehen? Hey, sind wir gut? Ja, verteidigen. Super Position zum Verteidigen. Ja, ich bin gut. Boah, von links. Scheiße. Wo ist das? Mal Tricksman, hast du auf dem Tanker eine Zielfernra? Ja. Ja, ja. Und du kannst das ganz schön wundern, auf welchen Distanzen das Ding sogar noch rum? Ja, das ist relativ präzise agiert. Okay. Zwar nicht so durchschlagen wie wir meinten, aber... Puh, jetzt schon raus. Da hab ich noch Geld übrig gehabt. Ich schau mir das gerade an, das schaut so geil aus. Der Pumpdown-Sniper. Der Pumpdown-Sniper. Jetzt hat's den Pressl. Der ist auf dem, der den Muslimen sitzt. Das ist hier, ich glaube. Ah. Ah, bloß noch einer. Junge, du musst das schaffen, Junge! Junge! Das tue ich nicht. Aber das schießt gar nicht schlecht. Aber da ist ein Schnee nachgegangen mit damit. Ah, E-Bot. E-Bot. Hehehe. Ich kenne die Konsolen. Aber jetzt sieht man, ich habe mal was. Ah, jetzt wird der Schlechtdruck geschossen. Nein, die schießen nicht auf ihm. Warum schießen die nicht auf ihm? Ich weiß jetzt nicht. Da kommt einer aus der Gegend raus, der schießt überhaupt nicht auf ihm. Ich war schon viel mehr gestohlen. Äh, der Nuckert, der Nuckert 1. Nuckert 1 ist der, der, der ist gut. Ja, aber das ist gut. Er hat jetzt allein 40 Leute umgelegt. Ja. Ohne, dass er einmal draufhängt. Es gibt Punkte für ihn. Es gibt Punkte für ihn. Ich bin bereit, zu gehen. Let's go! Let's go! Ich bin mir wieder. Ich bin nicht der, oder was? Ich bin nicht der, wo ich hin möchte, oder bin ich da schon zu weit? Nein, ich glaube, ich komme von der Seite. Also, das ist so. Dann komme ich nicht von der Seite. Dann komme ich von nirgendwo. Das ist da, das ist da, das ist da. Ja, danke. Also, das ist keine gute Runden für mich. Ich habe über einen Schönen umgelegt. Ich habe mich mit einer Ron Kranaten drin geschlossen. Ich bin nicht der ihre Ron Kranaten drin. Oh! Hält man mich! Hit man mich unter mir! Ich bin wieder unter mir! Was sag ich noch? Ich habe einen. Ich habe doch gerade nachgeladen. Da war schon wieder nichts im Magazin. Das gibt es auch nicht, oder? Schirr, halt nein! Die... Oh, das war doch gar mal so. Dauert Da rechts ist er gestanden Dann ist er weg Ok Ich hab dich draußen hinterbüttelt Ah warum schürzt du auf den eigenen? Bist du schon wieder raus aus dem Spree? Er ist auf Oh du lichter in dir Na Bist Ich hab dich in Echo Sch Da schäbert sie ein bisschen Westerberg Da haben wir schon auf Echo Ja ja Ein Spass 12 Ein Spass 12 Ein Spass 12 brauchst du Ein Spass 12 Ja Achso Achso Jetzt ist er wieder da So wo ist jetzt der Nachschubkiste? Nachschubs Ah da Nachschubskiste Oh Ich hab was durchschlagt Oh 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 Ich platziere eine Bombe Jetzt verlassen Sie das bitte das Gebäude Okay Wollt 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 das war Gegner, Scheiße. Huch, schießt ihn da auf mich. Wo war und jetzt? Links von mir, meine Fresse. Da läuft er. Legen um. Wo ist er da liegen rum? Ja genau, der hat mich erschossen, die Sau. Also das Ziel müssen wir aber noch üben, gell? Mhm. Der Aim ist noch nicht so gut. Okay, auf 500 Meter möchte ich ja sehen, wie du zielst. 500 Meter sind es 2,80 Meter vielleicht. Aber wenigstens sehen wir, du hast keinen Aimpot. Tatsächlich sind es ungefähr 70 Meter, oder? Aber man sieht, du hast keinen Aimpot. Richtig. Richtig. Geh durch den Schrank, dann kommst du noch rein, ja. Geh durch den Schrank, dann kommst du noch rein. Niedrige Ausdauer, ja man. Du willst schon vorbeig laufen. 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 Ich bin schon zum übernächsten Zug gelaufen. Du bist einfach so ein wilder. Ein ganz wilder. Du hast aber Glück gehabt. Du willst schon vorbeig laufen. Da ist einer hinten? Ich bin da hinten, der noch da ist, oder was? Nein. Zu zweit, Sonst. Das war sonst. Dengabert ist noch da. Dengabert ist noch da. Da hin? Also, okay. Dengabert. Ehrlich ist vorig. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir wieder da. Auf zuhaar. Sehr schön. Nö. Jetzt wird er nicht raus. Wie ist es? Kann man sich da taxendiprieren, so wie es ausschaut. Ah. Ich hab einen Feind schon gehabt. Mit Schmerzen rief von oben ab. Ich kupfte dann irgendwo. Hat's geschmerzt, Sette? Mhm. Ja. Die hupfen echt. So raus aus die Fenster wie normale Spieler. Ja. Also, voll Respekt. Ich hab einen, ich sag mal mal. Echt mal. Die Squad beieinander. Und die lustigen vier. Und die lustigen drei. Auto, auto, auto. Glück. Oh. Huh. Shit. Ich hab einen Leuchten Tinnitus. Oh nein, Magazin ist leer, das ist nicht sowas heiß. Ich bin hier auf der Seite. Arschloch, geh weg. Na, zähl fix. Da ist auch zu 6-6. Arschloch, wo rennst du rum? Da ist er! Da kommen sie, glaube ich. Nimm den du! Nimm den du, ich hab ihn sicher. Ja. Das ist unfällig. Rechts von dir! Boah, so ein Druckzeug. Boah, das ist schön. Das ist okay. Das ist okay, ich kann auffahren. Wir sind. Wir sind. Der, was da so ballert, ist einer von uns, der sitzt im Auto. Rechts von dir! Das macht ihm Spaß, glaube ich, auf dem Auto. Oh, da kommt er zu Hause, oder? Aber ich glaube, das tut er schon. Ja, der macht das schon. Ich, ich, ich. Das hört sich zumindest so. Jetzt ist so, wie wenn er da alles im Griff hat. Ja, ich hab schon voll gesehen gegen ihn. Ja, Mann! Das war jetzt nur uns zu verdanken, dass die Runde überhaupt gehunger worden ist. Überlegt's mal, wenn der Gerwolf noch mit dabei ist. Ja. Da hört man viel mehr der Flucher. Ja. Das ist realistischer. Nix wie ungut, Robert. Nix wie ungut. 22 zu 45 KT. Naja. Bin ich echt fünfmal gestorben? Naja. So, danke wieder fürs Zuschauen. Viel war's. Mhm. Dann, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr sowas, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Genau. Macht's gut. Servus. 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 Ich drücke jetzt auf Zufall. Oh nein, Zufall ist blöd, dass wir das wieder nachgehauen. Nee, weil die links unten und die rechts unten...